Kurz vor Feierabend, im härtesten Job Hessens, 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht, die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Johannes Scherer hat gerade angerufen, der braucht noch einen Offenbach-Gig. Ja, da kommt er wieder früh. Hab ich auch gesagt. Aber hey, pass mal auf, ich glaube, ich hab sogar schon einen. Okay. Ich hab vorhin mein Navi angebrüllt, fahr doch zur Hölle. Ja, jetzt steh ich mitten in Offenbach. Der ist hart. Aber gut. Absolut. Aber ich hab auch einen, pass mal auf. Mein Sohn hat ja mal bei einem Offenbach-Experiment mitgemacht, der sollte drei Wochen ein Kickerstrikot tragen. Das war echt schlimm, der wurde beleidigt und angepöbelt ohne Ende. Ich frag mich grad, wie das gewesen wär, wenn er damit das Haus verlassen hätte. Boah. Weißt du, das kam von mir. Ja, den find ich richtig gut. Ja. Aber ich hab auch noch einen. Achtung. Okay. Bei der Führerscheinprüfung kam die Frage dran, an welchem Schild muss man sofort anhalten und wenden. Da hab ich mich gemeldet und gefragt, gilt als Antwort auch das Ortsschild von Offenbach? Uff, der ist auch hart. Aber auch gut. Ja, ja, klar, den nehmen wir. Langt auch für heute. Komm, machen wir Schluss mit Lustig. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.